Was spornt D zu guten Leistungen an? Es ist natürlich schön zu sehen, dass die Arbeit, die man da reinsteckt, zurückkommt. Und dann die guten Noten, die man vorlegen kann. Also ich kann ja nicht einfach dann irgendetwas tun, sondern ich habe eine Verantwortung. Und deswegen ist der Druck auch daran, möglichst gut die Leistung zu machen. Gute Leistungen bringen uns mal zu Götter Job. Gute Leistungen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn du das nächste Mal einen Misserfolg erlebst, dann stell dir vor, dein Misserfolg wäre in einer Freundin passiert. Würdest du sie als Versägerin beschimpfen? Wohl kaum. Du würdest sie ermutigen, daraus zu lernen, uns beim nächsten Mal besser zu machen. Genau so ermutigen auch dich für meinen nächsten Misserfolg.